Wir tun den Tieren einen Gefallen, weil wir ihnen ein Leben schenken. Wenn es um Nutztiere geht, scheinen die Leute folgende Ausrede zu benutzen. Wenn wir nicht wären, wären diesen Tieren niemals ein Leben geschenkt worden. Sie sollten also dankbar sein. Okay, fangen wir damit an, diese Logik auf Menschen anzuwenden. Wenn ein Kind in eine gewalttätige Familie geboren wird, in der sie oder er regelmäßig geschlagen wird, niemals Essen bekommt und letztendlich aufgrund all dieses Missbrauchs stirbt, würden wir dann denken, naja, zumindest haben die Eltern das Kind ihm die Chance gegeben, das Leben zu erfahren. Oder was ist mit einem syrischen Kind, das nur Gewalt und Angst kennt und erlebt, wie seine Familie im Krieg getötet wird? Es schließt sich, im Versuch der buchstäblichen Hölle zu entfliehen, anderen Flüchtlingen an und macht sich auf die gefährliche Reise auf einem Boot nach Europa. Aber das Boot geht unter und das Kind, verängstigt und verwirrt, weil ihm so ein schreckliches Dasein gegeben wurde, ertrinkt. Sollte dieses Kind jetzt dankbar darüber sein, dass es die Möglichkeit hatte zu existieren? Wären wir denn dankbar? Oder was ist mit einer Frau, die von klein auf Opfer von Menschenhandel ist und ihr ganzes Leben lang prostituiert wurde? Sollte sie ihren Entführern denn dankbar sein? Was ist mit nichtmenschlichen Tieren, wenn ich Hunde züchte und sie dann verstümmle, misshandle und töte? Bin ich dann eine gute Person, weil ich diesen Hunden zunächst die Möglichkeit gegeben habe, zu leben? Wenn ich Katzen züchte und sie dann in Metallboxen einsperre, aus denen sie nicht entkommen können, Wenn ich ihnen niemals erlaube, nach draußen zu gehen oder frische Luft zu atmen, sie dann mit dem Kopf nach unten aufhänge und ihnen die Kehle durchschneide, bin ich dann ein moralisch richtig handelnder Mensch, weil diese Katzen ja ohne mich niemals zur Welt gekommen wären? Stelle deinen Gesprächspartner an diese Fragen. Ersetze in diesen Szenarien die Tiere, die wir essen, durch die Tiere, die wir lieben. Und frage, ob wir immer noch gute Menschen sind, weil wir ihnen ja die Erfahrung des Lebens geschenkt haben. In meinen Augen ist diese Ausrede unglaublich arrogant. Denn nur Unterdrücker können sie verwenden. Es ist eine Ausrede, die nur jemand nutzen kann, der ein angenehmes Leben führt. Niemand, der echtes Leid erfahren hat, würde jemals behaupten, dass man dankbar für ein Leben ausschließlich bestehend aus Schmerz sein sollte. Der einfachste und offensichtlichste Weg, um herauszufinden, ob es ein gutes Argument ist, ist unsere Empathie anzusprechen. Wir müssen uns einfach nur in die Lage der Tiere versetzen, um wirklich zu verstehen, ob wir ihnen mit dem sogenannten Leben, das wir ihnen geben, einen Gefallen tun. Sagen wir mal so, du bekommst die Chance zu leben, aber im Gegenzug wirst du deiner Mutter weggenommen. Wiederholt gewaltsam geschwängert und jedes Mal, wenn du ein Kind zur Welt bringst, wird es dir weggenommen. Du hast nicht endende Schmerzen, bekommst qualvolle Injektionen und von den Menschen, die dich gefangen halten, wirst du missbraucht. Wenn du dann letztendlich zu schwach zum Weitermachen bist, kollabierst du, bevor du in den Tod gezerrt wirst. Du wirst also kopfüber aufgehängt, dir wird die Kehle aufgeschnitten und du verblutest. Würdest du dieses Leben akzeptieren? Würdest du dankbar sein und sagen, oh Dankeschön, wie nett. Wenn du nicht wärst, hätte ich niemals diese wunderbare Möglichkeit bekommen. Diese Ausrede wird so benutzt, als müssten die Tiere, die wir halten, um sie auszubeuten, zu missbrauchen und zu schlachten, dankbar dafür sein. Als wären wir solch eine wohlwollende, selbstlose Spezies, die Lob über all ihre guten Taten verdiene. Glaubst du, dass ein Schwein dankbar sein sollte, wenn es sein ganzes Leben in Gefangenschaft verbringt, lange Zeit eingesperrt, in einer Abferkelbucht, die zu klein ist, um sich auch nur irgendwie zu bewegen oder gar umzudrehen? Wärst du denn dankbar dafür? Wärst du dankbar dafür, zuzuschauen, wie dir deine Kinder weggenommen und vor deinen Augen verstümmelt werden? Was ist damit, kastriert zu werden? Natürlich ohne Narkose. Oder Körperteile abgehackt zu bekommen. Fühlst du dich unter deinen Unterdrückern, die dich erschaffen haben, zu Dank verpflichtet? All diese Fragen kannst du Nicht-Veganern stellen, wenn sie behaupten, Tiere sollten dankbar sein, weil sie durch Menschen auf diese Welt gebracht wurden. Das Leben, das wir diesen Tieren geben, kann kaum Leben genannt werden. In den Augen dieser Tiere sind sie in der Hölle. Sie haben nichts, wofür sie dankbar sein könnten. Wir tun diesen unschuldigen Wesen die bösesten und unvorstellbar schlimmsten Dinge an. Wir behandeln sie wie Objekte, über die wir herrschen und haben trotzdem noch die Dreistigkeit zu sagen, sie sollten für das Leben, das wir ihnen geben, dankbar sein. Eine Legehenne, die in einem Käfig gefangen gehalten wird, soll dankbar sein? Ein für Milchprodukte getötetes Kalb soll dankbar sein? Der für seinen Pelz getötete Kojote soll dankbar sein? Das in einer Gaskammer getötete Schwein soll dankbar sein? Die Kuh, die ein Messer an die Kehle gedrückt bekommt, soll dankbar sein? Die aus dem Ozean gezerrten Fische sollen dankbar sein? Die Tiere, an denen die in Labors experimentiert wird, sollen dankbar sein? Wenn ihr Leben und der ihnen zugefügte Schmerz und das Leben vorbei ist, ist das das einzige Mal, dass diese Tiere auch nur einen Ansatz von Dankbarkeit fühlen. Wenn sie wissen, dass sie zum letzten Mal der Spezies in die Augen blicken, die glaubt, es sei in Ordnung, sie wie Ware zu behandeln, fühlen sie sich das einzige Mal dankbar. Frag die Person, die diese Ausrede benutzt, glaubst du, du könntest in ein Schlachthaus gehen, einem Tier, kurz bevor es getötet wird, in die Augen schauen und ihm sagen, dass es dir für sein Leben danken sollte? Frag die Person, die diese Ausrede benutzt wird, in die Augen schauen.